hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und ich möchte heute mal wieder um ein spiel sprechen wo ich behaupten würde die meisten von euch haben noch nicht davon gehört und das möchte ich ändern ist auch ein spiel welches mit geschichte zu tun hat was mich als geschichtslehrer natürlich ganz besonders freut ich will ganz kurz sagen wie auf das spiel gekommen bin nämlich ist panja läuft gerade jetzt wenn ich dieses video hochlade bei game found und das ist ein spiel von einem spanischen verlag und die haben auch ein spiel über die tetraschie auch ein historisches thema im römischen reich kurz vor dem untergang kann man sozusagen sagen und genau hispania ist auf das bin ich aufmerksam geworden durch mein crowdfunding überblick hätte ja bestimmt auch dieses format und dadurch bin ich mit dem entwickler in kontakt gekommen habe ihm gesagt mensch das finde ich ganz interessant würde ich ganz gerne auf dem kanal vorstellen und er war so lieb und hat mir ein exemplar zugeschickt und das darf ich jetzt mit großer freude euch vorstellen genau die tetraschie also es geht um die herrschaft der vier kaiser im römischen reich wir spielen diese vier kaiser und in diesem video werde ich euch die regeln zeigen es wird ein zweites video geben was ich bei dem ich mich bemühe dass es sehr zeitnah hochgehen wird indem ich das ganze rezensiere auf die stärken und schwächen wie es kennt und auch nur als eine kleine hilfe mit dazu gebe dann sozusagen meine meinung dazu ob sich das ganze lohnt als unterschied zu hispania welt ist ja jetzt aktuell läuft ob man beides braucht was sich unterscheidet was man zum jetzigen stand muss man ja sagen während der crowdfunding kampagne insgesamt sagen kann von den informationen die ich bisher habe hispania werde ich wenn es gefundet wurde und danach sieht es aktuell sehr gut aus und dann ausgeliefert wird auch hier auf dem kanal vorstellen also in diesem video zeige ich euch die regeln so dass ihr loslegen könnt beziehungsweise eine vorstellung vom spiel habt und in dem anderen video wie gesagt gehe ich auf die stärken und schwächen ein gut in dem sinne finde ich euch ganz viel spaß beim video bei fragen rein in die kommentare jetzt legen wir los wir befinden uns in der zeit der tetraschie einer epoche ja die normalen geschichtsunterricht eigentlich in der regel nicht so wirklich betrachtet wird wir sind rund 300 jahre nach christus und diokletian versucht das reich zu retten das römische reich vor man kennt es einfallenden barbaren stemmen und dazu hat er sich entschieden die macht auf vier kaiser zu verteilen und wir übernehmen in diesem spiel die rolle dieser vier kaiser dargestellt durch ja genau diese spielfiguren und wir haben hier das römische reich und wir müssen halt dieses verteidigen dazu ist es unser ziel an diesen spots hier außerhalb unserer grenzen garnisonen zu stationieren wie wir das machen wie das ganze sich spielt das werde ich euch zeigen zum anfang gucken wir aber mal auf den spielplan bevor wir in den spielaufbau reingehen denn dort haben wir ein paar auffälligkeiten zum einen ist das spielfeld in sieben regionen unterteilt wir haben die region italien gallien spanien ja ihr sie das hier afrika auch so farblich ein bisschen gemacht und diese haben alle römische zahlen außer die region italien denn in italien kann es nicht zu revolten kommen das ist sehr gut denn nachher werden wir hier diesen würfel mit den römischen zahlen würfeln und müssen dann immer dadurch die region bestimmen in den regionen gibt es immer sechs provinzen ja das sind diese kleinen einzelfelder dabei sehen wir wenn die hier so einen offenen kreis haben dann grenzen sie an das angrenzende meer denn wir haben drei meere die hier dargestellt sind wo wir dann auch gleich unsere flotten platzieren können ihr seht auch schon das ganze spiel ist nicht sonderlich groß ich kann ja mit zwei händen fast alles abdecken das ganze spiel kommt auch in einer gut sortierten kleinen box ich hätte vorher gedacht dass das größer ist nichtsdestotrotz versteckt sich doch einiges ein spiel dahinter wir haben dann noch die barbaren da gibt es vier barbaren armeen dann haben wir die revolten marker die sind schwarz und die grauen marker sind unruhe marker wir haben unsere marker hier drüben dabei bestimmt der schwierigkeitsgrad mit wie vielen markern wir spielen das sind nämlich unsere garnitionen die wir bauen können und wir sind auch auf die limitiert im normalen spiel startet jeder charakter mit vier ich würde euch aber wirklich für die erste partie empfehlen um in das spiel auch gut reinzukommen mit den fünf garnitionen pro charakter zu spielen gut die meeresteilung habe ich euch schon gezeigt hier aber noch mal so zeigen die linien für 1 2 und 3 und jetzt noch ganz wichtig für die provinzen das wird für uns relevant sein die provinzen sind miteinander verbunden und zwar entweder mit durchgängigen linien dann ist es eine normale verbindung oder mit diesen unterbrochenen linien das heißt sozusagen schwere schweres terrain ja hannibal will über die alpen auch wenn wir da natürlich historisch einige jahrhunderte zuvor wären aber schweres terrain hier oben bei den alpen deshalb dort haben wir das typischerweise auch hier drüben rumänien bulgarien in der ecke haben wir das auch so also das sind die wichtigen verbindungen die schwarzen pfeile sind nur relevant für die barbaren bewegungen kommen wir also zum setup ihr spielt dieses spiel immer mit allen vier kaisern ja also auch wenn ihr alleine spielt da die jetzt keine fähigkeiten haben es gibt keinerlei karten in diesem spiel sondern sie überzeugen durch ihre unterschiedlichen farben ist das auch von der warte her nicht so relevant dann nehmt ihr eure würfel so und als erstes brauchen wir unseren schwarzen würfel mit dem würfeln wir jetzt die anfangsrevolten aus in jeder region also die sechs regionen wie gesagt die italienische region wird außen vor genommen startet eine revolte ihr habt hier die zahlen von 1 bis 6 wir fangen an in spanien würfeln eine 5 und dort platzieren wir jetzt eine revolte so das gleiche machen wir für gallien in der 3 dann eine 2 in region 5 1 2 und in afrika noch das sind sozusagen unsere startrevolten die wir auf jeden fall mit dabei haben und jetzt müssen wir unsere schwierigkeit bestimmen dann schauen wir hierfür auf die rückseite oder ist auch mittendrin hier könnt ihr sozusagen in der mitte wäre es jetzt ihr habt vier garnison wir haben zwei römische flotten wir würfeln eine weitere revolte aus und wir würden mit einer barbaren armee starten so ich würde euch empfehlen für das erste spiel spielt ruhig mit fünf garnison den rest könnt ihr auf den mittleren schwierigkeitsgrad lassen so dass ihr bestimmen könnt wo ihr mit dem flotten startet und wir starten mal ganz klassisch hier mit zwei flotten im mittelmeer was es damit auf sich hat kommen wir gleich zu so auf unserem schwierigkeitsgrad müssen wir jetzt also noch eine weitere revolte auswirfen wir gucken also in region nummer vier hier drüben in zwei kommt eine weitere revolte rein so dann starten wir noch mit einer barbaren armee dazu nehmt ihr nur den weißen würfel würfel diesen das ist auch eine vier und platziert dort eine barbaren armee und darunter können wir dann auch schon mal eine revolte machen die wird sich dann gleich entlang des schwarzen pfeils hier lang überraschenderweise nach oben bewegen ja damit können wir auch in den ablauf gehen jede runde besteht aus vier zügen dabei ist erst grün dran dann gelb dann rot dann blau und nachdem jeder spieler also der grüne spieler ein zug gemacht hat der gelbe rot und blaue dann ist immer auch noch mal die barbaren phase und in der zeit spawnen dann neuere wollten unruhen entstehen und im dümmsten fall kommen auch neue barbaren armeen mit dazu das gucken wir uns dann ganz genau an wichtig ist anders als in anderen spielen starten wir nicht mit unserem kaiser direkt auf dem spielbrett sondern wir haben immer die wahl wenn und das kann im spiel auch passieren der kaiser vom spielbrett genommen wird dann platzieren wir ihn entweder in seiner heimatstadt oder seinem regierungsbereich das wäre in dem fall hier oder in rom dort seht ihr habt ihr alle farben abgebildet und ihr könnt euch euch damit also auch aussuchen so wir würden jetzt zum beispiel sagen wir starten in rom und platzieren diesen dorthin so an der stelle gleich noch eine anmerkung nämlich die scheibenfarben die ihr dort habt die gelten auch als aktive scheiben das heißt aktuell würde hier eine grüne scheibe drin liegen gelb blau rot und diese zählt halt für alle das geht so lange bis gegebenenfalls durch ein würfelwurf wie auch immer eine andere scheibe drin liegt grau oder schwarz dann könnt ihr nicht in eure heimatstadt oder regierungsstadt starten sondern ihr müsst in rom das machen also das bitte noch mit berücksichtigen wenn der kaiser also auf dem spielbrett ist hat er sechs aktions punkte das klingt erst mal sehr viel ihr werdet gleich feststellen die sind sehr schnell aufgebraucht die folgenden aktionen könnt ihr dann in beliebiger reihenfolge nutzen und auch beliebig oft solange sie halt auch bezahlen können gucken wir uns also die aktionen an erste aktionsmöglichkeit ist natürlich das bewegen wir können uns in nachbar provinzen bewegen wenn diese mit einem normalen strich verbunden sind kostet uns das jeweils einen aktionspunkt haben wir wie hier zum beispiel oder hier oben bei den alpen an einigen stellen eine unterbrochene verbindung dazwischen kostet es uns zwei aktions punkte uns dorthin zu bewegen liegt in dem ort eine schwarze scheibe also findet dort gerade eine revolte statt dann kostet uns immer ein aktionspunkt mehr das heißt bei dieser durchbrochenen linie hier müssten wir drei aktions punkte bezahlen um dorthin zu laufen hier würden wir zwei zahlen müssen dann habt ihr noch die möglichkeit innerhalb einer seezone wenn ihr in einer stadt mit mehr zugang das sind diese die ihr hier ein bisschen offener sind zu einer seite seid dann könnt ihr zu einer anderen stadt der gleichen mehr zone für ein aktionspunkt reisen also ich könnt ihr von rom rüber nach libyen reisen dabei müssen wir beachten beim bewegen in jeder region darf maximal eine scheibe liegen und eine spielfigur sei es eine armee oder seines wir wie wir gegen armeen vorgehen da kommen wir gleich zu die zweite möglichkeit ist das segeln wir können eine flotte entsenden das heißt wir könnten eine flotte für einen aktionspunkt auch hier oben in die region schicken um halt hier besser interagieren zu können das ist auch noch mal eine möglichkeit die dritte möglichkeit ist das sogenannte sichern wir können eine garnison bauen dabei gilt in allen regionen die uns gehören also diesen farblichen regionen kostet uns das einen aktions punkt ja ich könnte jetzt also hierhin gehen und für einen aktions punkt eine scheibe aus meinem pool dort hin platzieren wenn wir eine grenze sichern wollen das sind ja diese hier dann dürfen wir dort auch eine bauen dabei müssen wir aber berücksichtigen zum einen kostet uns das zwei aktions punkte und zum anderen muss in der region die daran mit korrespondiert das ist bei england nur gallien hier sehen wir schon sind es zwei regionen hier sind es auch zwei regionen die das bestimmt dort darf aktuell keine revolte liegen das heißt aktuell könnten wir das nicht machen weil hier noch eine revolte in dieser region liegt das heißt erst müssen wir die region revolten frei machen und dann können wir für zwei aktions punkte diese sichern das kostet also mehr das ist das sogenannte sichern dann können wir provinzen unterwerfen stehen wir in einer stadt mit einer revolte können wir sie entweder für zwei komplett entfernen für ein aktions punkt zu einem grauen unruhemarker machen oder einen unruhemarker für ein aktions punkt entfernen und zurück in den vorrat packen ja und dann kommen wir zum komplexen nämlich dem angreifen wir können uns den barbaren armeen entgegen stellen und das ist eine ganz interessante mechanik dabei ist es so wir gehen nicht auf das gleiche feld ich habe ja vorhin schon gesagt dass wir immer nur eine spielfigur pro feld haben dürfen das heißt sagen wir mal es käme zum kampf und wir würden das mal so konstruieren er steht hier ich stehe dort und ich habe hier auch ein paar garnitionen mit zu stehen so der kampf ist relativ simpel aber muss ein bisschen rechnen der weiße würfel ist für uns da gelten dann die lateinischen zahlen einfach dann auch für unsere und hier der mit den arabischen zahlen der gilt für die barbache und jetzt verhält es sich wie folgt wir greifen an und dabei gucken wir ist angrenzend zum ziel und wir greifen ihnen hier an ja ist angrenzend zum ziel eine garnition oder verbündete von uns die haben wir hier und dann gucken wir in einer verbindung müssen sie zueinander stehen wie viele das sind das in unserem fall 1 2 3 das heißt für unseren würfelwurf den wir gleich haben bekommen wir jetzt den modifikator plus 3 also das würfelergebnis plus 3 wäre jetzt unser erfolg bei ihm ist es ganz ähnlich er guckt auch welche scheiben dieser hier in verbindung zu sich hat was in unserem fall auch drei stück wären er steht auf einer dort und dort so das heißt er würde auch ein modifikator plus drei bekommen wir würden würfeln und werden eine fünf er hätte eine vier wir hätten gewonnen wenn wir gewinnen wird er entfernt und auch die scheibe in seiner provinz alles super haben wir verloren werden wir entfernt und gegebenenfalls auch eine scheibe die wir hätten ist es ein unentschieden dann passiert nichts ihr seht aber der angriff ist aber eigentlich eine ganz schön riskante nummer ihr könnt das ein bisschen sicherer machen das braucht aber einiges an vorbereitung und vor allem kooperation denn für jeden angrenzenden feldherrn den ihr habt aber auch für jede angrenzende armee die er hat stellen wir mal eine ganz verrückte situation da dass wir diese situation hätten ich guck mal ganz kurz an jeder steht gar keine verbindung machen wir mal es wäre so so für jeden general beziehungsweise für jede barbaren armee erhält die jeweilige seite ein multiplikator mit zwei das heißt in dem fall hier wenn wir den kampf noch mal rekonstruieren hatten wir ja meine seite durch die drei angrenzende garnition von mir es zählen nur meine garnition wenn von anderen spieler dort garnition wären die wären irrelevant also würfelwurf plus drei bei ihm ja auch plus drei dann hätten wir mal zwei noch mal zwei also mal vier unser würfel ergebnis mal vier und er hätte sein würfel ergebnis mal zwei das heißt wir würden würfeln jeweils eine zwei das hätte heißt ich hätte an sich eine fünf er hätte auch eine fünf meine fünf würde mal vier gerechnet werden das heißt ich habe eine 20 und seine fünf würde mal zwei gerechnet werden das heißt er hat eine lächerliche 10 gut ja also ihr seht ein bisschen mathematik ist dabei im notfall spielt das mit taschenrechner aber viel höher wird es jetzt auch nicht es ist selten dass wirklich die barbaren armeen sich hier so sehr tummeln es ist wichtiger für euch dass ihr euch sammelt und gemeinsam zuschlagt also garnitionen die an einem stück sind die werden addiert zum würfelwurf und multipliziert mal zwei je general der angrenzend auch zum gefecht steht scheiben von euren mitspielern legen wir den mal dort hin wären irrelevant und was auch noch irrelevant wäre stellen wir das mal ganz kurz hin sondern mal ein sonderfall nämlich wenn wir jetzt hier eine grüne scheibe hätten es zählt nur eine verbindung also wo mehrere verbunden sind das heißt ihr könnt entweder plus eins nehmen oder plus drei dann nehmt dann natürlich die plus drei weil die natürlich viel besser sind es wäre jetzt in dem fall nicht plus vier also das müsst ihr so ein bisschen mit im auge haben ergänzung noch wenn ihr verliert dann muss nicht nur der kaiser auch vom spielfeld entfernt werden und es ist auch euer zugende denn ihr könnt ja nichts mehr machen also wählt das sehr weise die kosten noch für den angriff sind die die ihr normalerweise auch bezahlen müsstet hier wäre es also eins für eine normale verbindung und ihr geht auf dem feld mit scheibe das heißt ihr würdet hier in dem fall noch zwei aktions punkte für den angriff bezahlen gut damit sind wir eigentlich auch die aktionen durch die eure spielfigur machen kann legen wir das mal hier wieder zurück ich glaube so war es zu spiel beginnen und sagen wir mal ich war jetzt hier eine schwarze scheibe wenn ich mich täusche ich habe hier begonnen also gehen wir doch einfach mal ich fahre hier mit dem boot rüber schwarze scheibe nicht nur grau erste aktion zweite dritte vierte war eine schwarze scheibe die ich dort entfernt habe und dann brauche ich noch eine garnition und bewege mich ein feld nach drüben so dann wäre also meine aktion durch jetzt kommt der teil in dem die barbaren am zug sind wie gesagt nach jedem kaiser müsst ihr das abhandeln als allererstes checkt ihr ob es graue steine gibt die zu revolten werden wie funktioniert das liegt eine graue scheibe benachbart gucken wir mal genau zu einer schwarzen scheibe dann wird die jetzt auch schwarz und da steht in regeln auch ganz klar drin gegebenenfalls hier hätte noch eine graue scheibe gelegen kommt es auch dazu dass diese auch schwarz wird ja also wenn normale verbindungen zwischen dem bestehen ja ununterbrochene dann kommt auf jeden fall zu einer aus einer grauen wird eine schwarze allerdings wenn wir das jetzt mal so machen ja sagen wir in dieser barbaren phase würde die auf jeden fall schwarz werden und hier müssten wir jetzt checken bei einer 1 2 und 3 passiert nichts bei einer 4 5 und 6 passiert was also so würde die auch schwarz werden ihr seht also glück und würfeln hat bei dem spiel schon eine wichtige rolle sollte hier sich ein kaiser befunden haben dann wird dieser auch in dieser phase entfernt was aber manchmal gar nicht schlecht sein kann weil man kann ja dann wieder an seiner basis oder halt in rom neu spawnen so im zweiten schritt des barbaren zuges nehmt ihr eure würfel und ihr würfelt eine neue revolte aus dazu guckt ihr in provinz nummer drei und der sechs kommt jetzt eine graue scheibe denn würde dort eine garnison liegen würde gar nichts passieren das ist das beste was euch passieren kann liegt dort keine garnison dann kommt ein unruhemark unter dem spiel achtung der wird nicht sofort auf schwarz gerät sondern das passiert immer in der ersten phase des barbaren zuges und wir sind jetzt schon im zweiten schritt so das heißt eine graue scheibe würde dort eine graue scheibe schon liegen würde die zu einer schwarzen werden würde dort eine schwarze schon liegen dann kommt es zu einem aufstand und der aufstand ist der prozess in dem dann wirklich es richtig schlimm wird nehmen wir mal an wir hätten das jetzt gewürfelt und es würde zu einem aufstand kommen dann kommen in alle angrenzenden provinzen mit einer ununterbrochenen linie schwarze marker dort wo schon welche liegen die ignorierte alles ist gut jetzt haben wir hier aber noch eine verbindung die unterbrochen ist auch hier würfelte wieder 123 nichts passiert sehr gut da haben wir glück gehabt habt ihr jetzt noch oben im vorrat eine freie barbararmee die haben wir noch dann würfelt ihr noch mal den weißen würfel und checkt bei der 3 ist dort jemand nein dort ist niemand es ist leer und es liegt auch noch keine scheibe sei es von uns eine garnison von der sicherung die wir ja machen wollen um das spiel zu gewinnen oder halt von dem barbaren dann wird dieser dort platziert und wir haben jetzt ein problem denn die rücken gleich vor nur ein sonderfall angenommen wir hätten jetzt eben gerade die 4 gewürfelt ja auf der 4 steht ja gerade einer dann hättet ihr noch mal den schwarzen würfel genommen und hättet hier in provins 4 auf 2 auf dem feld noch mal eine revolte platziert also so wie den normalen zweiten schritt was wieder zu einem ausbruch hätte führen können und wir hätten dann wieder hier jetzt mal ausgewürfelt nichts passiert ein markt gelegt ihr seht also das kann schnell eskalieren und steht doch explizit so in den regeln das soll auch so sein dass es ganz schnell alles eskalieren kann gut lassen wir jetzt erstmal liegen dass es so gewesen wäre wäre es jetzt aber natürlich im ersten zug nicht dass es so schlimm aussieht weil da könnte schon fast neu anfangen jetzt kommen wir zum dritten schritt des barbaren zuges nämlich die armeen bewegen sich und sie bewegen sich entlang der schwarzen pfeiler hier ist der schwarze pfeil also dieser würde sich hier rüber bewegen bewegte sich auf ein neues feld entfernt er dort die bestehenden scheiben und legt immer noch eine schwarze scheibe mit dazu das heißt das würde er dann im nächsten zug machen auch hier geht allerdings wenn wir eine unterbrochene verbindung haben ja dann müssen wir auch hier würfeln das heißt in unserem fall würden wir würfeln mit der vier würde er es geschafft haben bewegt sich rüber wenn er sich auf ein neues feld dabei bewegt dann legt man eine schwarze scheibe darunter andere scheiben werden entfernt und die armee bewegt sich in dieses feld hinein wenn sich dort eine armee befunden hätte das mal bewegt er sich nicht rein ist dafür nur eine stehen er greift uns an alles ist gleich wie wenn wir angreifen mit nur einem nicht ganz unwesentlichen unterschied wir kriegen die modifikatoren von den garnitionen also er kriegt sie eine was hier natürlich super viele wären geht er bis hinten runter und ich würde meine modifikatoren bekommen allerdings gibt es für die verteidigende armee also für uns kaiser gibt es keine unterstützung durch unsere mitspieler werden also keine multiplikatoren bekommen das heißt hier brauchen wir gar nicht würfeln das ding hätten wir sicher verloren und wenn wir verlieren werden wir vom spielbrett entfernt und auch der marker mit uns und er wird sich rein bewegen und halt auch noch ein revolten marker dort platzieren das ist der spielzug der barbaren jetzt wäre der gelbe spieler dran und würde seinen zug zu abhandeln wir das für richtig hält ihr gewinnt das spiel wenn ihr es geschafft habt alle provinzen hier außen zu sichern das ist der sieg wenn es so aussehen würde aber wie gesagt ihr könnt nur schreiben dort platzieren wenn in der jeweiligen region oder regionen die angrenzend sind keine revoltenscheiben liegen unruhe kann liegen das ist okay dann könnt ihr das spiel gewinnen ihr verliert das spiel entweder wenn einer der barbaren generelle armeen wie auch immer rom betreten würde das wollt ihr also verhindern oder wenn ihr das ist häufiger tatsächlich eine schwarze scheibe platzieren müsstet und der vorrat wäre leer wir haben jetzt hier noch sechs stück im vorrat als ihr seht das kann doch ganz schön schnell gehen so und das war jetzt erstmal nur das grundspiel was ich euch hier zeige in dieser zweiten edition die jetzt aktuell mit auch verkauft wird noch ist haben wir hier verschiedene erweiterungen die mit reingenommen werden können sowohl modular also einzeln oder halt gemeinsam und dann habt ihr hier genau varianten gibt es dann auch noch mit und was ihr noch habt ist die hinten so ein historischen modus wo er das szenario vorne also weniger zufällig vorbereitet und sozusagen zwei historische szenarien hier mit ausgang an die vier sind sogar schön vier historische szenarien mit auswählen könnt mit angegebener schwierigkeit also das habt ihr auch noch mit dabei und hier hinten habt ihr noch mal eine kleine übersicht zu den verschiedenen sachen die ich euch hier im video erklärt habe ich hoffe dass ich euch ausreichend informationen zum spiel geben konnte wenn ihr noch fragen habt haut es gerne rein in die kommentare ich werde noch eine spezielle review machen so wie ihr es von mir kennt und da werde ich dann auch noch mal darauf eingehen vor allem in hispania läuft er jetzt gerade noch eine kampagne beziehungsweise je nachdem wann ihr das video guckt wann ich das video auch hier hochgeladen bekomme könnte es dann halt bestellen inwiefern sich da veränderungen aufgetragen habe die ich jetzt so schon mal sehen konnte gut in dem sinne wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao